Hallo und willkommen zurück zu Fortnite. Mit dabei Kulrich. Fortnite! Ihr hört es schon, der ist heute wieder... Let's go. Ich bin komplett brain of car. Ja, ihr merkt schon, der Junge ist heute wieder dezent hyperaktiv. Dezent? Dezent hyperaktiv. Aber denitiv nicht richtig. Aber denitiv nicht dezentiv richtig. Wir sind die mexikanischen Ludbanditris. Also, so wollen wir hin. Danke, da. Komm, wir können das zu behalten. Links oder rechts? Da oder da? Ich geh gleich. Ach, hier unten ist doch... Ich war doch mal gut. Achso, da. Ja, da ist ohne. Echt? Ja. Aber da werden wir bestimmt... Okay. Da werden wir bestimmt auf große Gegenwehr treffen. Ja. Also, woher jetzt? Links oder rechts? Also, gehen wir zu deinem, Marco. Na, wir haben... Na, zu Luni Lutsch. Ja. Okay, dann doch. Das wird schwer. Ja, weil du bist schon vorteiliger. Ja, du bist schon vorteiliger. Du bist schon vorteiliger. Du bist schon vorteiliger. Du bist schon vorteiliger. Leid raus. Leid raus. Ja. Ich hab mich unter Küche stressiert. Aber ich hab mir einen Schnauzer stellen lassen. Ah, ah. Bestimmt, bestimmt direkt zu einem Geburtsdatum. Ja. Nee, nicht das. Ja, ja, so einen richtigen... Ja. Also, viele wissen ja nicht, kultig ist ja ein bisschen anders, ne? Nein. Na ja, hast du hier eine Tür geöffnet? Ja. Okay. Ja, jetzt habe ich keine Tür geöffnet. Das ist nur ein Angriff. Das könnte ich sein. Endo, Blutbandito. Oh, krass. Oh, meine. Oh, meine. Wie sind die alle die Waffen nicht einfach mit? Na, taktischen Schrott für der Grau. Hier ist noch eine... Hier ist noch eine Dinges. Ne, ne. Ich schrott finde es auf der anderen Seite drin. Eine blaue Long Range. Eine Stunke Sturmgewehr. Hörst du? Nee. Das hat halt nicht. Alter. Richtig. Aber nicht zu looten. Das ist schön. Ja, es ist immer zufällig, ob da hinten steht oder nicht. So. Aber ich staunen, dass hier keiner weiter ist. Na gut, so gut ist der Luthier gar nicht, muss ich sagen. Also jetzt besonders aber viel. Nur eine Dusche. Hä? Ich bin schon noch bewegt. Das war nämlich nicht empfiegt. Oh, hier ist noch eine Dusche. Und nichts drin. Eine Ruhe natürlich. Draußen ist ein graues Sturmgewehr. Wo? Wo ist draußen? Draußen auf der Wecke. Wo ist draußen? Wenn du rauskommst, links. Links. Wir sind wieder die Zone. Ja. Das Spiel will eigentlich, dass wir heute gewinnen haben. Ja. Wer will das Spiel, will das Welt-Fortnite spielen. Also. Es ist ja immer noch dieselbe Aufnahmefaschen. Sektion. Ja. Ich denke. Uh. Ich denke. Ich denke, du lügst, sag ich. Wirst du jetzt zur Looney-Loots rüber? Den werden wir noch mal umgeschlagen? Natürlich. Das ist ja alles in unserer Zone. Ja. Ja. Das haben wir sowieso. Haben wir ja bei diesen. Ja. Ich weiß nicht. Selber im Zugring. Oder die Zone. Warte. Warte mal kurz. Hier vorne steht sie zu einem Automaten. Automaten. Äh. Was ist denn das? Weil ich ein hässliches Bauhaus. Was soll das ja tun? Na hier war auch noch keiner. Echt nicht? Okay. Da kriegt schon wieder ein Handy. Doch hier war einer. Da kriegt schon wieder ein Handy. Da kriegt schon wieder ein Handy. Ja. Weil unten bei der Hütte fehlt das Dach. Ach, wir wollen. Aber ich muss trotzdem sagen, es hat sich vieles. Diese, äh, diese ganzen Kampfzonen haben sich ein bisschen verschoben. Das war ja damals, war ja wirklich, äh, äh, das war ja bloß im festen Punkt. Ja. Damals war es ja das, die, ganz am Anfang. Und... Danach war es eigentlich Silde 1000. Seit dem letzten Update, habe ich so das Gefühl, dass mehr Leute im Placen Talk und die sich schon unterwegs sind. Ja. Und die wollen ja auch irgendwie, dass die... Die... Die Möckerkunden, ey. Ja. Das sind ja nicht umsonst. Ja. Wir haben sogar letztens, äh, äh, in einer Runde gehabt, da war, oh, meine Stimme kackt gerade voll ab wieder mal. Ja. Ja, das geht so nicht. Meine Stimme hat in letzter Zeit... Ich musste in letzter Zeit die Zenzen hier durchmachen. Deswegen... Ne, bei mir war noch eine Kiste in dem einen Haus. Ja. 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 Aber da hatten wir eine Runde, da war noch niemand bei Dusty Depot, bei dem Neuen. Das war auch... Wir dachten als erstes, es ist eine Fall oder so, dass jeder dort das Zeug sich bloß was ge-crapped hat, was... Was wir gepünften haben. Und die Kiste halt so als Köder liegen lassen. Aber nö. Wollen wir da jetzt hier hoch zu den alten Loothäusern? Auf mich schießt einer. Oder? Äh, ich kann es dir nicht genau sagen. Das wäre an der Meinung drin. Hinten? Ja, Schüsse. Bei mir. Die sind direkt bei mir. Ja, ich sehe ihn. Ein einzigen. Da sind zwei, aber... Ich hab' den Puschen. Ich hab' den Puschen. Ein abstaunt. Hey, der da. Ach, der ist noch Medipack. Ich würde mir die Zauber greifen. Hinten aber. Hinten aber. Jo. Also... Es war nicht unbedingt die schlauesten Gegner. Muss man dazu sorgen. Hast du noch Platz für Medipack? Oder? Hm, ich kann Platz machen. Weil ich... Ich hab' nämlich noch einen. Ach so. Ja, da kannst du so mit mir von mir. Ja, was können wir noch hier entnehmen? Hast du ein Sliver? Ich hab' die Aave. Ich nehm' die. Ich weiß nicht, ob ich die Silent Pistole nenne. Ja, ich hab' die. So. Ich weiß auch, es war jetzt kein Stromgewehr, aber ich brauche auch keins. Da waren das bestimmt die Leute, die hier schon gelootet haben. Kannst du die Loot? Loot, Loot, Loot. Wo fand' die das? Ah, die Loot fand' die. Oh, ich muss den einen Dander noch wegschaffen zum Fußball. 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 Der hat ein Arschöfen, Junge. Ein Arschöfen, aber richtig. So viele Steine, ne? Oh, ja. Hä, geht's ja runter. Bist du ein Arschloch? Wieso? Oh. Ich hab' gelüftet. Äh, cool. Ey, guck mal. Ist die Steinreiche. Das ist ja schon immer zufrieden. Ja, eigentlich war's. Ich dachte schon. Ja. Ich gucke mir das gerade mal an. Ich war hier noch nie großer durch gewesen. Ja, noch nicht. Ich bin da stehen und schwacker und die Klöcke. Der hat eine Einbox-Skills. Aber wie? Was passiert, wenn ich den Stein aufbauen? Nichts. Kann ich auch nicht wegreisen? Tritt alles weg. Ja. Ja. Alles klar. Das ist... Wir könnten eigentlich mal auf den Fuchs hochgehen. Ja. Und gucken, ob da noch was ist. Ein Fuxi-Fuxi-Fuxi-Fuxi-Fuxi-Fuxi-Fuxi-Fuxi-Fuxi-Fuxi-Fuxi. Ich bin da in den Fuchs-Fux. Ich schaue dich hier. Ich schaue dich hier. Ich schaue dich hier. Du sollst. Ich kiefe dich. Also musst du dich. Na ja, na ja. Okay. Okay. Näh. Hey du Pottoplimmst-Fürger. Nein! Hehehehe! Alter! Was ist denn? Erster Höhe! Hoppla! Was ist denn du? Wies ich da aber noch nicht. Denkst du, das ist so eine gute Idee, wie wir es jetzt gebaut haben? Oder wie wir es jetzt bauen? Ja, vor uns sind alles voller Bäume. Ich find's gut. Ja, aber falls halt einer Snipes ist halt das Ausgaben. Ja. Ja, ja, jetzt haben wir richtig ausgekattet. Hier sind wir eigentlich safe, komm mal hoch. Können wir doch nicht mehr machen. Kann ich nicht hübschen. Hallo? Wie bist du drin? Oh. Na wo? Hier ist eigentlich ganz geil. Ja. Hu! Dach gebaut. Das ist meine Ecke. Das ist meine Ecke. Hey, wir hatten jetzt das Dach gebaut. Nein. Da war es wenigstens so hier. Hallo? Ich kann es nicht bearbeiten. Wieso kann ich es nicht bearbeiten? Leckt das Kraut? Nein. Ich bearbeite es gerade nämlich. Ach so. Ach so. So. Schön. Wunderschön. Wie ist das? Wie ist das? Wunderschön. Ich bin da wegsteckt. Ah, zack, passiert. Geweckt. Geweckt. Ich habe das Recht bei Ihnen hinter das Ohr geklemmt. Hinter das Ohr geklemmt. Das ist richtig. Ne, warte mal, das ist scheiße. Das hat sich immer noch gebaut. Aber das ist nun mal. Das ist das Hausbestimmte, was du kommst. Ich krieg's doch nicht geschissen. Was sind du? Ne, so. Jetzt waren die Winkel aber andersrum. Beste und andersrum sind behindert. Wirklich. Ja. Alter, der Turm dritten. Ja. Reine Grafik. Das ist nämlich so ein bisschen an diese, diese alten Playstation 1 Spiele, wenn du irgendein Spiel so ganz weit hinten in der Ferne geguckt hast. Wo einfach nur so eine Abbildung. Ja. So ein schönes 2D-Sprite. Und links rum siehst du das Wasser. Eigentlich musst du die ganzen Bäume hier wegmachen, ne? Ne. 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 Kor головerspace mit Böger also zu ehemaligen rs Раз sériegen. So war es versucht. Durchschnitt bekommt Google. Norbert, Bama. growolt, Keck gut das Problem. liege auch drücken. Seine joking Es sollte sich vielleicht nicht sowas kaum kommen. ich kann wunderbar von drücken ja aber ich glaube darauf genau guckt da keiner hin ich denke schon ich denke nicht weil das coole ist kann man ja du kannst hier durch dieses team was in die ziegel ist kannst du durchgucken das ist praktisch machen ja ich habe es auch hier kommt man da drüben waren sich welche also schöne ist jetzt ganz sicher nicht weil ich die werden die werden auch geschossen die branche push von jetzt kannst du nicht machen also ich nicht doch ich schon ja das ist ja nicht noch höher geht nicht oder doch doch so bescheuert muss erst mal sein da unten läuft noch einer oder immer da läuft die sind oben jetzt in diesem metallwunger drinnen er droppt direkt vor uns da oben der hügel noch in der zone ja ja das ist ja nicht so geil mein karte räumt gerade auf wie man hört da 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 Juhu bin ich müde er hat geschnippert was denkst du kommen nur 9 siezen in der Map raus? Stimmt ja ne glaube ich nicht dass sie eine neue Map direkt rausbringen glaube ich nicht ich denke die werden die immer wieder verändern cool wäre es wenn man sich irgendwie dann raussuchen kann auf welcher Map man spielt also falls sie wirklich eine neue rausbringen ne pop up cheese ist ja glaube ich mittlerweile so dass es random ist welche Map du kriegst es gibt mehrere Home-Maps ja da hast du zwei Maps schrecklich gesetzt hat sie kommen oder random wäre auch nicht schlecht mein Kader guckt mich grad an wie was willst du von mir? na du ja heute ein Special Guest dabei ja heute ein Special Guest dabei noch einer Tür noch einer Tür ja heute ein Special Guest sag mal Kader das hört doch bestimmt total in der Aufnahme ja also ein bisschen guck mal da hat sich welche gebaut sie sind dort in der Mitte und so ein wenig Guts ja das Leben nur 8 ne 10 insgesamt erlöse möchten wir langsam rumdrehen bei dem Tragen also fährt sich jetzt hier um jemand wundert was im Hintergrund Geräusche macht das ist mein Kader vor uns ist mir äh vor mir ist einer warte mal der steht dort da oben dort am Baum ausgenockt dort ist sein Team-Mate hat auch einen oben machen wir weg springen hier gut hab den klein weggejagt als ich den nicht down geschossen hab hab ich weggebrannt ich hab ihn gehittet hab ihn gelümbe der Krawatwerfer ist sehr schön ja wie das Ding ja geil das bin ich ja auch hier sind noch kleine Schildtränke obwohl wir es haben ja schon voll einigermaßen ja ich weiß nicht ob ich ne mit dem M4 jetzt mitnehme obwohl jetzt ein wenig Guts ist es glaub ich nicht so hast du noch Platz frei ne gar nicht wieso sondern lass naja weil ich hab ich hab halt keine M4 ich hab ja bloß die Alter was haben die dort gebaut schießt er auf dich ne ok ok die fighten die fighten jetzt können wir eigentlich wenn wir es richtig machen können wir jetzt direkt hineingehen dort unten läuft einer lang ja dort laufen zwei ich weiß nicht ob ich soweit komme mit dem YouTube ja einer liegt doch einer direkt vor mir da habe ich eine Hütte wieser hinten habe ich eine Hütte wiesern sehr schön Wir haben Fallen platziert. War das der, der am Boden lag? Ja. Okay, gut. Dann ist ja bloß einer da. Hast du noch Granaten? Oder Raketenwerfer? Scheiße. Die vorne liegen aber Granaten. Der muss eh rauskommen. Kevin. Ja, oder? Der fliegt, oder? Perfekt. 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 Easy. Easy. Mexikanische Lootbanditos sind am Start. So. Ist klar. Jawoll. So muss das. So muss das. Jawoll. Ja. Das muss einfach so sein. Anders hätte ich das jetzt auch nicht akzeptiert. Obwohl wir natürlich erst mal 10 Minuten bloß in diesem heißlichen Fuchs drin saßen. Aber wir haben gefallen. Ja. Das muss einfach so sein. Ja. Wenn ich das Ergebnis zähle. Echt. Nicht der Weg. Echt wirklich. Hallo. Hallo. So. So. Wollen wir noch eine Runde machen, oder? Was sagt. Was sagt. Was sagt. Was sagt. Was sagt. Der Timur bei dir. Was sagt. Der Timur sagt. Garnisch. Ich hab die gar nicht gestartet. Komm. Wir machen noch eine. In der letzten Folge hat man uns mehr. Komm. Wir machen noch eine. Möhm. Es kommt drauf rein. Also Mensch. Mehr Menschen. Ne. Möhm. Ja. Möhm. O Gott. Das ist natürlich. Ja. Wir sind taktisch schlau vorgegangen. Wir haben uns so postizient, dass uns niemand töten konnte. Weil niemand würde uns gerechnet dort hinten hätte. Was hat wahrscheinlich auch niemand kämpfen würde. Aber wir haben gewonnen. Ich setz jetzt nochmal. Also wir schalten noch gleich bei der Achtsschau raus. Jaja, so geil, 100 Leute sind da in der Runde. Zack, super das Platz. Achso, ne, muss ja Platz 50, wenn dann kommt. Ja, bei Duo. Sie sind Platz 50. Der eine voll gechillt, der andere voll am echt geladen. Warte, warte mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt an die andere Superheldenmöhler, weil es hat ja schon gut geklappt, Otto. An der Einbruch. Alter, guck mal, was jetzt schon für Leute rausgesprungen sind. Ja. So springen die Leute eigentlich erst über Ziele Thomas ab, also wir könnten jetzt auch raus. Achso, gut. Wir müssen auf den Berg lang. Welchen Berg? Der hier vorne, links neben dem Meteoriteneinschlag. Der in der Mitte. Also, ne, den wir markiert haben direkt. Ja, der in der Mitte. Na, den wir markiert haben. Alles klar, weiß Bescheid. Natürlich. Ich und Bobby sind nämlich gestern erst zum ersten Mal, oder ich bin zum ersten Mal dorthin und Bobby wusste auch nicht, ob wir oben oder runter müssen. Ja, die Moral von der Geschichte, wir standen dann unten auf einmal, aber wir müssen da oben eigentlich sein. Ja, gut. Als wir dann oben war, als wir dann oben war, stand plötzlich ein Gegner da, vor uns. Ich kann nicht ja Lootwunsch das. Du bist so ein Rosa. Ja. Alles gut. Okay. Ich kann nicht Lootwunsch, du denkst. Deswegen spielt eigentlich noch niemand damit, nur Mike dort, weil... Das stimmt. Ich stellte sogar meine T-Mails irgendwelche... Oh, Gold. Na Gott. Was denn jetzt? Oh, er ist bis zur Rakete runde geflogen. Das passiert euch irgendwie allen. Ja? Ja, Bobby gestern auch. Ja, ich bin glaub ich bis zur Rakete runter gesprungen. Ich sag, alles klar. Mach's gut leben. Ja, ich hab wohl noch mal gucken. Ja, ich hab Medipack. 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 Komm, da ist ein blauer Schrotz. Wie ich sehe. Das ist mein Ohr. Die kriegst du. Schwimmbad. Ja, wir haben sogar Schwimmbad hier. Schöne Kiste. Irgendwo. Unter mir. Und eine Autowerkstatt. Wie geil ist das denn bitte? Hä, wo ist die Kiste? Die habe ich gegessen. Hier ist noch eine Mission. Ach, oh lol. Wir haben noch ein Schlafzimmer. Komm mal her. Ach, ich hab einen Sturm gewähren oder sowas. Ach, ich hab einen Sturm gewähren. Ja, ich hab einen Sturm gewähren. Ja, Sturm gewähren hab ich. Ach, okay. Hat einen Trip hier. Ach so, hier deine Schritte. Huch, die ist runtergeheilt. Ich kann doch mit Bastard umgehen. Ich glaub das wars ja auch schon gut, der war jetzt nicht so geil. Ja. Ihr könnt ne... Dort hinten welche wegschießen. Das sind doch ich, oder? So. Ach Gott, ich treff nix. Irgendwie so ne Kartoffel. Ey, ich geh jetzt ja runter. Nein. Erik, hast du noch Sturm, Muni? Äh, 76 Schuss, aber ich geh runter. Okay, warte auf mich, warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oh, nicht schon wieder. Oh, was denn? Der nächste Baum. Ehrlich, wir müssen in die andere Richtung, ne? Wir lassen die. Ach, komm, hat doch vorne bei dem Dingswort läuft noch keiner. Bei dem Einsturz. Ah ja, Einschlag. I'm so low. Also ich wär froh, wenn ich Sturmgewehr-Munition kriegen könnte. Ich hatte bloß noch komplette Magaziner voll. Das war's. Und dann ja, brüderlich teilen. Jaja. Jaja. Gut, ein Schrotkinder. Hier ist keine Kiste? Echt nicht? Hier. Was? Nein, nein. Ah. Man hört uns überhaupt nicht. Man zieht uns nicht. Da drinne war ne blaue M4. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Michel Christi. Die ist hier oben. Ah, Ficka. 된 noch ab. Ah, ha, 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 ha. Schuldygny. Schön trinken. ist ein trock und spiel lesen park sind bisschen ruhig aus die dächer sind noch zu zumindest das was ich das ist ruhig da ist ein automat ja rennt doch nicht gleich hin und guck erst mal ob hier noch oben was ist hey du kannst mich nutzen hier ist noch eine Kippe hier war noch keiner großartig looten also leute immer schön fernhalten von diesen park doch hier war jemand aber keine bock zu lieben hier war eine waffe die lag einfach eine weiße im vier rum aber da war die munition halt weg dann brauchte ich halt nicht mehr ich habe noch einen großen schild trank erik und im haus kommst du her ich kann ihn da nicht mit mir durch den keller wir sollten aber trotzdem nach fallen ausschaut hier ist auch noch eine kiste hier war nie ich kann jetzt keiner erzählen dass hier niemand gelandet ist hier ist noch eine grüne M4 ich habe halt keinen platz ist das problem wo wo die Kühne M4 bei dir ja und dem haus wo ich jetzt bin jetzt noch safe hier wo ist die Kiste wo ist die Kiste wo ist die Kiste und Pumpe okay was ist denn das hier diegel und Busch ich glaub das Spiel wird dir irgendwas sagen hier ist auch noch eine kiste hier weiß noch niemand wenn hier jemand da okay jetzt muss ich überlegen ich lass die Pumpe hier oder ich lass die Stunkel hier ich hab hier eine blaue Tür getroppt ja ich hab hier über die Garage oben raus nee unten direkt einfach in die Garage rein du kannst ja auch wieder Raketen werfen immer nie geben wenns geht ja ich hab vier die sind überall noch Kisten C5 oben sind noch Kisten und Dach hier der war automatischer ich weiß nicht ich fühl mich nicht woher hui ne Taschenburg gebaut das gar hab ich gefunden echt gar gar ja mal mit ich würde noch lauter vorbeifahren noch lauter jetzt wird man es jetzt wird man es richtig schön richtig schön heut bei Eric über Aufnahme gut alle schwing das war traurig okay hier ist wirklich entbläsenpark ist ja wirklich niemand gewesen hier steht sogar die Kisten da bitte noch das ist strange und wenn wir dann so landen hey ja und wenn die mal dorthin wollen und wenn die mal dorthin wollen so ist die chain 150 so ist die chain 150 die noch aber ich muss ja auch jedes mal gucken was ich mitnehmen und was ich hier liegen lasse bei mir selber schnell hier sind zwei wir haben es gerade noch gesagt naja das ist auch abgesehen das irgendwann mal immer auf taucht er will ein anderer push bestimmt ist auf dem match erstattet so wahrscheinlich das ist mein neid ich hab nisgau ich hab mein nisgau wer verschrägen hat noch gepuschen ok erfolgreich weggeprügelt also wenn euch die folge gefallen hat wieder mal wir haben diesmal gewonnen die wunde ja das ja ja liken und abonnieren nicht vergessen so weit noch coole let's place also momentan ist tot stelle aber es kann definitiv wird er was gar nicht wahr schönen tag noch ja 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 ja